an die hallo und herzlich willkommen bei der 100 baby challenge ich muss noch mal kurz auf mein gameplay schauen aktiver haushalt yes ok ok alles klar willkommen zurück es ist samstag leider mein gott samstag wochenende wo rennst du hin das bekommt ihr baby oh mein gott ich machte schon freiwillig wie geil ist das denn nein die machte schon freiwillig ein junger ein junger ein junger ein junger ich muss kurz namen gucken alles klar ich habe noch zwei namens vorschläge und das ist einmal toni und louis ich finde louis für den anfang eigentlich ganz cool louis hallo louis black oh mein gott zwillinge nein wie cool ist das denn und da hatte ich noch amy als vorschlag hallo ich bin gerade aber ich bin nicht nein aber jetzt ist gut ja jetzt gut okay weiter wie cool hallo hat mich die spiele wahnsinnig gott wir haben zwillinge bekommen oh mein gott wie toll wie toll wie toll ist das denn nein wie cool wir haben zwillinge bekommen ach wie schön ach ihr zwillinge haltet euch ja cool wie geht es dir kleine maus dir geht es super gut dann würde ich sagen auch wenn wochenende ist wir machen die hausaufgaben und du machst bitte auch deine hausaufgaben das kannst du verkaufen man kriegt sogar ein simoleon dafür was wirst denn du wirst denn technisch also hallo was wenn dieser bussch schaukelt punkt 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 ok oh der kuchen steht auch immer noch hier ich möchte nicht in dein inventar tun ich möchte nicht in dein inventar tun ich möchte nicht in dein inventar tun gut oh ähm yay wir haben zwillinge bekommen ich werde verrückt ich werde echt verrückt und sie liegen sogar in den richtigen windeln in den richtigen windeln wollte ich schon sagen in den richtigen wiegen ach wie toll liebkosen und schaukeln und 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 hüpfen oh wie schön wir massen schneiden oh ich werde wahnsinnig werden oh gott wie schaust du denn aus marvin 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 echt also danke ehrlich marvin das hast du super gemacht ich bin ich bin hellauf begeistert ich echt ich finde es grad mega ich finde es echt grad mega cool danke marvin jetzt nochmal achja jeremy 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 klaus du bist der nächste und danach gucke ich nochmal zu unseren Nachbarn oh wie cool wir haben Zwillinge bekommen ich ich werde verrückt ich werde verrückt ich kann es immer noch nicht glauben ich freue mich so mega hart Entschuldigung hm ich freue mich echt so mega ah wie schön limba oh wie toll Boah, ich freue mich echt so mega. Krass, ich kann es gar nicht glauben. Echt, ich kann es nicht glauben. Werdet dann auch gefüttert. Aber natürlich. So, bist du denn jetzt schon wieder fertig mit deinen Hausaufgaben? Wahnsinn. Schnell bist du. Sind das eine Zusatz... Hä? Hä? Du hast deine Hausaufgaben doch gar nicht gemacht. Ey. Ohne Scheiß. Was machst du hier jetzt im... Ja. Hausaufgaben auf Klo. Wir machen Hausaufgaben auf der Toilette. Aber natürlich. Hä, ist das ja... Ach, wie toll. Wie toll. Cool. Echt, ohne Mist. So schön. Ähm, dann würde ich sagen, was ist mein impressionistisches Gemälde. Oh, ähm, stopp. Habe ich hier was zum Wegschmeißen? Ja, ich habe was zum Wegschmeißen. Cool. Dann müsste ich halt schon 50 Simulions bekommen. Oh, du hast die... Ja. Der hat die Comedy-Fähigkeit erlernt. Huch. 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 Guckt's aus mit euren... Wow. Erhalte eine Fähigkeit... 3 Level... Hä? Eine Fähigkeit um 3... Um Level 3 zu erreichen. Okay. Du musst aber dann erstmal auf die Toilette. Hausaufgaben sind fertig. Sehr schön. Und du? Bist auch fertig. Hüppst du nicht? Alter. Was soll das denn? Was soll das, Mädchen? Du das, was man von dir verlangt. Dankeschön. So. Ja, setz dich genau. Setz dich doch auf den Tisch. Glaubte, es ist angenehmer als woanders. Du, wenn du hier fertig bist, junge Dame. Ich rufe es gleich mal. Den Herrn... Jeremy an. Und... fragst du ihn, ob er hier abhängen möchte. Cool. Wo gehst du jetzt hin? Ähm. Du sollst nicht immer kleine... Hallo? Mit Yannick plaudern. Was denn sein? Könntest du mal... Dich hier ein bisschen betätigen? Ich glaube, du brauchst da noch ein bisschen. Oh. Jetzt habe ich die Wände hochgemacht. Wollte sie doch weg tun. Hallo, Jeremy. Gretchen Loon, Spino. Hi. Kommen Sie nur rein. Kommen Sie nur rein. Werde hier jetzt nichts anfangen lassen. Nein. Jetzt geh doch aus der Küche raus. Ach, Jeremy. Interessen reden. Mein Kind, der noch gut geht. Ähm. Wer ist denn da in der Küche... schon gewusst? Ja, nein, vielleicht erst Kokett. Oh, das ist sehr gut. Das ist doch gut. Neues Opfer. Neues Glück. Oh, Level 4 erreicht. Ich schätze mal, wenn du nicht Single bist, ist es mir eigentlich auch egal. Klingt echt böse, ne? Ich schenke dir eine Rose. Aha. Aha. Waddle. Ich glaube, nur Wandaustauschen brauchen wir nicht. Doch, er ist sogar Single. Wollen wir kommen, lieber du es aussehen? Schleppfrige Frage stellen. Oh, er ist ein Kuss erleben. Oh, er ist ein Kuss erleben. Und Max ist halt ein Grundstück favorisiert. Yeah. Und wie war's? Du möchtest schon wieder einen Techtelmechtel im Busch? Ich hab doch schon den ersten Kuss erlebt. Hä? Nein, du bist jetzt nicht... Auf die Toilette. Nein, du gehst jetzt nicht. Wow. Mann, ne. Wartet. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hockt er. Da hockt der junge Mann. So, so. Dann kommt die Mände übers Aussehen. Händchen halten. Äh, gnadenlos kitzeln. Warum nicht? Hä? Stehen sie wieder auf. Okay, Leute. Ist okay. Kann ich schon? Nein, kann ich nicht. Mann, nütz. Hä? Hä? Willst du ihm? Du bist da das Aquarium im Weg. Küssen. Ich muss schon verführerisch flüstern. Meine kleinen Mäuschen schlafen. Burscht nicht. Ich möchte... Ich möchte, bitte... mit einem Freund zu sein. Ich glaube, jetzt geht's los. Boah. Techtel, Mächtel. Techtel, Mächtel. Ein Baby machen. Ja, Baby machen. Geht doch. Hast du Lust? Hast du Lust? Hast du Lust? Was ist mit dir los? Sitzt du hier so einsam? Was ist los? Schatz, du hier so einsam. Aber trotzdem glücklich. Könntest du doch auch mal ein bisschen runtergehen. Und auch ein bisschen schwimmen gehen. Schau, dein Brüderchen schwimmt hier so schön. Geh doch auch mit. Okay, der hat gerade keinen Bock mehr. Der hat Hunger. Geh hoch. Öffnen. Ist ein Stückchen voll einem Schokoladenkuchen, würde ich sagen. Oh, ja, ja. Kannst du denn so so zu Hausaufgaben machen? Ja, dann mach die danach. So. Du machst die dann auch. So. Zack, zack. Nix gibt's. Machen wir danach gleich nochmal. Maxis hat schon wieder einen Haushalt favorisiert. Ja. Nein, gleich nochmal. Gleich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh. Kleine Mauss schreit. Musst du aber ganz kurz warten. Motorikfähigkeit von Milia. Von Milia. Von Milia entwickelt sich gut. Cool. Deine Mama ist gerade beschäftigt. Kannst du mal kurz hier die schmutzige Windel wechseln? Oh, jetzt ist erst mal. Ist erst mal fertig. Oh. Hat jemand Spaß? Danach gehen wir einen Schwangerschaftstest machen. Da. Techtel Mechtel. Hab ich. Erledigt. Oh. Und da kommt Paolo. Tut mir leid, Paolo. Tut mir wirklich leid, Paolo. Aber ich bin hier gerade beschäftigt. Aha. Euch geht's gut, ja? Ja. Und? Danke, Jeremy. Kannst du deine Zusatzaufgaben machen. Yes. Yes, yes, yes. Und wie schaut's bei dir aus? Für zwei Essen. Oh. Das geht hier aber auch zackig, ne? Zack, zack geht das hier. Och. Ich muss los. Ja, hat genau. Passt. Danke. Maxis hat wieder einen Haushalt. Fafersiert. Oh, jetzt erzählst du es ihm, ne? Ja, Jeremy, ne? So schnell kann's gehen, ne? Ist mein Vater. Mal öffnen. Was haben wir hier noch gutes Spektrumaten-Dings? Eti. Und da ist ein Teller. Und Paolo steht immer noch vor der Tür. Ja, Paolo. Da kam wohl ein Mann. Will kein Tächtelmächtel jetzt da. Eine Stunde am Spiegel reden. Okay. So, und allein. Schaut's bei dir aus. Wie schaut's bei dir aus? Wenn du das geschafft hast, kannst du auf Toilette. Danach schlafen. Und du darfst auch schlafen. Und du? Eigentlich auch. Aber die Kleinen werden dann eh wieder... Werden eh wieder schreien. Die Wände wieder hoch machen, ne? Prinz de Bey. Ja. Okay, du gehst nicht schlafen. Stinkewindel. Können wir uns nicht erstmal noch um deine Kinder, Elise? Füttern. Diesmal mit Flasche. Massen schneiden. Öpfen. Kosen. Und... Massen schneiden. Und die... Jetzt hör auf, mit ihm dauernd zu reden. Er muss seine Hausaufgaben machen. Mann. Isst doch mal schneller. Und Amy schreit. Jum, 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 jum. Yay! Mila hat die Zusatz. Siehst du, sie ist eher fertig als... Naja, gut. Du hast sie auch. Okay, jetzt geht mal schön schlafen. Es ist zwar noch ewig früh, aber... Nein! Oh, Mann, Tess. Das war doch... Das waren 50 Cent, die du da abgespült hast. 50 Cent, 50 Simoleons, die du da abgespült hast. Mano. Mädel. Oh, wieso steht hier? Hä? Okay, ich hab doch noch was gefunden. Doppeltes Glück. Da. Warum brichst du's ab? Oh. Ach Gott, wie süß. Was tut denn jetzt? Was tut denn jetzt? Nee, reden ist immer nicht gut so. Ach, du schaust total blass aus. Dies schaut voll blass aus und die andere schaut... Der andere... Der andere... Der andere... Louis schaut voll braun aus im Gegensatz zu dir. Was ist da kaputt? Ja, ich weiß, du bist müde, aber du gehst jetzt trotzdem noch. Ruhe. So, jetzt kannst du schlafen. Mal gucken. Boah. Ernsthaft? Jetzt... Oh, jetzt schläft sie. Jetzt schreit er. Schon wieder schmutzige Windeln. Was hattest du? Toll. Jetzt hast du sie aufgeweckt. So. Wir tun jetzt nachts Windeln wechseln. Durst? Ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt vorhin was zu trinken gegeben habe. Tut mir echt leid. Ja, Wrangler. Scheinbar hilft. Scheinbar hatte sie wirklich Durst. Okay, Entschuldigung, dann habe ich das vorhin einfach verpeilt. So, jetzt geh aber wieder... Was denn was für ein Bett willst du denn? Ähm, Mädel. Nein, ähm, Mädel. Das hier ist dein Schlafzimmer. Hier, guck. Anspruchen. Und schlafen. Hä? Und jetzt los? Schaut's für euch aus. Du schläfst, ja, okay. Du schläfst jetzt eigentlich im falschen Bett, junger Mann, ne? Kannst eigentlich hier gleich mal beanspruchen. Nicht Monster in dein Bett einspringen. Kannst hier gleich mal beanspruchen. Gehst du auf Toilette? So, jetzt schläfst schon wieder ein Baby. Moin. Du kannst du essen. Frühstück essen. Sagt's bei dir aus? Äh. Ist auch schon ausgeschlafen. Gleiche Prozedur. Jeden Tag. Komm, steh auf. Ganz ruhig. Den kaputt. Da ist kein Monster. Schau, du hast die tolle Lampe an der Wand. Ist kein Monster. Ganz, oh Gott. Jetzt aufgeschreckt ist. Jetzt, oh, jetzt schreien beide wieder. Ist ja gut. Mama ist auch schon... Ja, du musst auch auf die Toilette. Ich weiß. Aber jetzt schau mal hier. Stinkewindel. Und, und, und. Was ist denn? Reden. Und Wette und Duschen und sauber machen. Aber mit diesem tollen Geschrei. Ich muss hier kurz mal ein bisschen weg. Mit diesem tollen Geschrei und diesen wundervollen Zwillingen. Denn wir haben Zwillinge. Oh mein Gott. Louis und Amy. Werde ich mich jetzt verabschieden. Wir sehen. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Also dann. Tschö. Mit Ö. Ich wünsche euch noch ein wenigstens. Das ist für mich. Ich mag ihn? Slicze, Walike! Joy, Baribsang! Ja!